Das Gericht war ja Stör, das ist ein gebundener Daschi, Grünkohl und das Rauchöl von Birnenholz. Ganz klar, es ging irgendwie von dem Hauptprodukt aus, dem Stör. Wir haben da eine ganz tolle Bezugsquelle über den Anglerverein, wo wir den Stör wirklich in einer außergewöhnlichen Qualität bekommen. Wir haben dann gesagt, wir wollen auf jeden Fall dieses Tier irgendwie im Ganzen verarbeiten. Wir hatten hier eine rein wunderbare Leber, Rogen ist dabei. Zeitlich hat dann einfach der Grünkohl dazu gepasst. Wir wollten das Ganze einfach mit diesem traditionellen Gedanken des Räucherns kombinieren. Wir haben dann gesagt, wir bringen diese Rauchnote rein, einmal durch das Abflämen des Fisches und durch dieses Rauchöl von dem Birnenholz. Die Geschichte mit der Soße ist dann eben, dass wir den Daschi mit der Leber des Störs emulgieren und mit den verzuckerten Zwiebeln, um einfach diesen Umami-Geschmack zu haben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020